Vollständig geheilt bist. Okay. Ist eigentlich irgendwas durchs Wurmloch gekommen? Ne, sieht nicht so aus. Macht der Typ hier unten Stress? Ne, sieht auch nicht so aus. Wird dir aber eine feine Flotte angezeigt. Ja? Ja. Und den blauen Dudes. Oh, die sind durch ein anderes Wurmloch gekommen. Jujui. Die sind durch ein anderes, okay. Wenn die sich diesmal einmischen, dann greife ich die auch an. Dann rücke ich unten vor. Ah, fuck, da habe ich gar nicht dran gedacht, dass die anderen sich vielleicht einmischen könnten. Ne, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Konstruktion complete. Hm. Bin mir nur entschlüssig, was ich jetzt tue dagegen. Ich bin ja näher dran als du gerade. Ich schick mal nochmal da hin. Ja. Konstruktion complete. Ja. 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 Gucken, was die Menschheit so macht und was für eine Zeitreiter die mittlerweile leben. Oh, spät, gute Leiter mittlerweile. Nice. Läuft bei denen. Ach, wie lange dauert er die Reparatur hier? Kenne ich. Ach, Mita will der. Wo ist denn Mita? Ach so, der ist schon Mita. Okay. Ah, jetzt geht das auch schneller. Research complete. Ach, der bombardiert einen Planeten. Ah, okay. Der Schweinehund. Ich bin jetzt aber im gleichen System. Ja. Ist er neben noch gut? Ja. Wer hat denn die Schlangen bombardiert? Ah, die Verwüstung ist auch bei, nur bei zwei Prozent, also alles ist easy. Okay, die Platz ist kaputt. Nice. Also. Ich bin jetzt nicht mehr so. Okay, das ist schön. Ich bin jetzt noch mal hier. Okay, bitte? hier sind auch typen aus dem block kommen ja 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 die haben meine jungs auch gut dezimiert ich hab ja meine meine eine flotze noch hier hinten dauert dann natürlich ein bisschen bis ich da bin aber ja ich hatte ja hier schickt die mal da in die richtung gut dann gehe ich hier weiter im sonnensystem der sonne ja ich würde sagen wir können hierzu bei ich nur weitermachen meine meine eine flotte da arbeitet alles ab was so in die richtung habe ich aber keine ansprüche mehr ja ja wobei stimmt ich könnte auch später noch durchs boom noch gehen ich weiß nämlich nicht ob meine ansprüche gerade wichtig sind aber von da oben kommt auch eine armee das können ja die wurmloch armee sein also ein bisschen weniger wenn er das in zwei verschiedene haben in die einen hat immer noch da unten wollte ich sehr mittlerweile 8 kam warum ist er wieder was durchs baumloch bekommen ja ich muss manchmal ein bisschen mehr druck machen geht mir ein bisschen auf sei dass da die ganze zeit durchs boomloch kommt ja mir auch ist jetzt durch ein anderes boomloch gekommen aber deine station müsst ihr den eigentlich holen ist nur 200 zieht er sich jetzt echt zurück zieht sich zurück okay w Okay. Hast du schon mit der einen Flotte gekämpft da bei dir? Oder hat sie sich wieder zurückgezogen? Welche Flotte? Oben? Hier oben bei Ich nur, die da eben unterwegs war. Ich weiß es nicht. Nicht ganz mitgekriegt. Wie sieht der danach aus, als ob die sich zurückgezogen hätte? Sehe hier auf jeden Fall keiner. Okay. Ich mach mal die zwei Wuppenlösche hier. Klar bei dem einen Typen unten. Cette Sache wissen wohl. Den homepage schon doch dann! Ich binseper. Also wir Wir haben jetzt abgesehen von der Sonne haben wir alle deine Ansprüche erobert Ja Ja das heißt meine Ansprüche zählen weil wir haben noch befordert unbesetzte Systeme minus 180 und wir müssen sogar noch zwei Planeten glaube ich erobern Okay Es ist verkehrt dass wir hier auch vorrücken Kein Wormloch System von dem einen Typen von dem der sich jetzt mit einem neuen eingemischt hat habe ich unter Kontrolle Ja An dem anderen arbeite ich noch Ja gut Und ich bin jetzt gleich bei den Systemen die der dir erobert hat der andere in deinem Reich weiß aber nicht wo sich die die 7k Flotte hin bewegt hat Kann sein dass die da wieder durchs Wormloch ist Ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 oder ist eine flotte 14 ja da geht es nicht nur system ich würde sagen wir fliegen dem gleich hinterher eine flotte wartet im system sobald er in uns vorbei ist dann fliegen wir den hinterher und greifen den dann einfach zusammen an wenn er sein Ziel sich ändert jetzt, ich dachte mir immer noch ziemlich neu system seine beiden großen flotten zusammengeschlossen jetzt ist er aber noch bei 11k sobald er im nächsten systemeintritt verfolge ich den ok 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 Ja, der fliegt jetzt natürlich zurück zum Raskamir-System. Ja, ich habe mal Pause gemacht. Ich könnte auch probieren hier wieder auszuweichen. Wie? Wohin? Rasa Geti vielleicht? Ja. Aber eigentlich wäre es vielleicht klüger nach hinten wieder weg zu fliegen. Es könnte sein, dass er uns abfängt, wenn wir nach rechts fliegen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob wir dem jetzt noch entkommen können. Ich würde vielleicht nach Siabaulia zurückfliegen. Okay. Und wenn ich Klammheim nicht, dann die Richtung gewechselt. Wir müssen aber wegkommen, ohne dass der uns angreift. Ja, da wird er uns jetzt wahrscheinlich stellen. Ja. Ich habe meine andere Flotte aber jetzt hinterher geschickt, zur Unterstützung. Jetzt wirst du jetzt wieder nach Ischinau. Ich muss mich entscheiden. Wie stark ist denn deine Flotte hier bei Ischinau? Ja. 9k in etwa. Ja. Ich glaube, sobald wir das eine... Ja, wir müssen, glaube ich, ein bisschen länger warten, bis wir hinterher können. Bestimmt, sobald wir das System da nehmen, dann wird er bestimmt pissig. Ich fahre jetzt wieder. Ne, Moment. Das ist nämlich auch schon faszinierend. Oh, mein Flotte ist hier gar nicht weg. Warum? Ich bin in der Nacht. Hm. Wow. Die wird jetzt richtig dezimiert. Hm. Was? Heute hat er noch 14 Tage geschnutt. Wie ihr machen könnt. Äh, kaputt. Ich habe die doch nach hinten geschickt. Warum hat die sich nicht geschnitten? Ich habe mich nicht wegbewegt. Ah ne, bring nix die Mitte her zu. Ich folge dir nicht mehr. Ich versuche jetzt in Richtung Wurmloch zu kommen. Ist hier irgendwo eine krasse Sternenbasis. Hm. Ah, der Ficker, ey. Das ist ein dummer Arschloch. Ach, du wittest echt zu... Markus? Neben Wurmloch? Ja. Ja, der will jetzt nämlich wieder nach Raskamir. Also an dem Kommador Gottes ist... nicht vorbei und irgendwie... auch ne Flotte würde ich eigentlich ungern verlieren. Ja. Ich komme jetzt nämlich auch mit der anderen Flotte da komme ich durch das Wurmloch jetzt entgegen geflogen. Lass uns ein oder die Flotte. Ich komme jetzt nümmelig. Ich komme jetzt auf dem Barsch am Montag. Wie war das immer noch das? Und das war dann auch noch. Ich komme jetzt vor. Weil ich die Flotte mit dem Kville teilenuestasal. found in der Flotte mit dem Kville. Nein? Damit komme jetzt zu Hause. Ich komme jetzt an der Flotte. Das Kville. Der Herr Kville ist alle anderen. Und das war ja genau hier drauf. Da bin ich in Richtung. Oh ja, das war ja genau dran. Die Flotte sind, meine ich nichtexp案. Der Ende ist eine 2,1k Station, die kriegen wir locker weg, da bei Rovanek, oder whatever. Ja. Ich habe mich auch schon gesehen. Ich habe mich auch schon gesehen. Ich habe mich auch schon gesehen. Ich muss aber sagen, ich kann in das System gar nicht einfliegen, aus irgendeinem Grund. Ja, wir sind noch zu weit weg. Also, wir sehen das quasi noch nicht, wir haben da noch keinen Überblick. Ah, okay. Dann müssen wir uns erstmal von System zu System durchführen. Warum braucht der eigentlich so Ewigkeiten? Müsst ihr da mal... Okay, wir können uns auch in Rovanic treffen. Bin schon da. Ja. Sollte ich eigentlich mit meiner großen Flotte, mit meiner starken Flotte rechtzeitig eintreffen. Als der Typ uns wirklich verfolgt. Ja doch, der verfolgt uns noch. Der wird zur Nimbus Station. Sogar ein Stern... Zwei Sternensysteme noch weiter. 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 Bleib ruhig da wo du gerade. Bleib ruhig da wo du gerade bist, in dem Rovanic System. Ja, wir müssen ja früher oder später gegen die Flotte kämpfen. Ja, können wir es auch jetzt machen. Wir haben jetzt hier auch noch eine Stern. Ja, gut, ist natürlich nicht die beste Sternstation, aber wir haben da noch eine. Warum will er zum Tarak-System? Er fliegt zum Tarak-System. Der kürzeste Weg nach Nimbus ist aber über uns. Keine Ahnung. Ansonsten bewegen wir uns ja auch noch schnell hin. Das haben wir gesagt, wir müssen eigentlich schneller sein. Gucken, was sie jetzt macht. Wir machen. Ne, jetzt fliegt er zum Hansodon-System. Was macht der denn? Ach, das ist wieder das Wurmloch-System. Da müsste der jetzt eigentlich zu uns kommen. Konstruktion komplett. Ja, der fliegt über Tarak. Keine Ahnung, warum. Wie fliegt der jetzt? Was machen wir? Ich glaube, der fliegt den Bogen über sein Steppner-System. Dann bewege ich mich mal nach Markkast oder wie das heißt. Okay. Jetzt ändert der bestimmt auch wieder seine, seinen, seinen Kurs. Geht mich schon wieder so aufs Alter, Typ. Geht mich schon wieder so auf. Är징. Und hier zie ich die große Musik vor. Wie blöcke ich hab. Sonst. Du bist ein Schuss. Du bist spiel, Du bist ein Schuss. Untertitelung des ZDF, 2020